Hallihallo, eine weitere Episode meines C++ Tutorials. In dieser Episode beginnen wir mal ein bisschen mit Dateien zu arbeiten, also mit Files. Und zwar im Speziellen in dieser Episode damit, dass wir etwas in eine Datei reinschreiben. Gut, bevor wir überhaupt irgendwas mit Dateien machen können, müssen wir natürlich mal wieder was inkludieren. Include F-Stream für File-Stream. Und jetzt können wir auch schon einen sogenannten Output-File-Stream erstellen, in denen wir dann irgendwas reingeben können und das wird dann direkt in eine Datei reingeschrieben. Und das geht folgendermaßen, std, off-Stream, also für Output-File-Stream und dann irgendeinen Name, zum Beispiel mal File. Und jetzt kann ich auf dieses File die Open-Methode aufrufen, File.open. Und zwar erwartet die in Anführungsstrichen, also in String-Form, einen Pfad. Und ich sage hier zum Beispiel mal c-test-hallo.txt. Und wenn ich das hier so geöffnet habe, dann kann ich tatsächlich mit diesem File sozusagen umgehen wie mit c-out. Also ich kann einfach was reinmachen, File, was wollen wir reinschreiben? Und am Ende, das ist noch wichtig, sollte man dieses File immer schließen. Also mit File.close. Das ist einfach Best Practice. C++ kümmert sich da von sich aus auch drum, also wenn dieses File hier den Scope verlässt, mit anderen Worten in unserem Fall, wenn das Programm sich beendet, dann wird das File zwar auch geschlossen, aber es ist trotzdem immer noch Best Practice, wenn man sich um die eigenen Ressourcen immer kümmert. Also ja, manuell kümmert sozusagen und dieses Close hier einfach aufruft. Gut, und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann sehen wir hier zunächst mal nichts, aber wenn ich ins Dateisystem gucke, da hat es eine hallo.txt erschaffen und da drin steht tatsächlich, was wollen wir reinschreiben. Also genau so, wie wir das erwarten würden. Gut, eine wichtige Sache ist hier allerdings noch zu sagen, der Pfad hier, den muss es bereits geben. Also die Datei, hallo.txt, die muss es nicht zwangsläufig geben, aber alles davor, das muss es bereits geben. Also das wird hier nicht dynamisch einfach so erstellt. Zumindest sagt das der Standard. Manche Compiler und so weiter, ich habe es schon mal erlebt, dass der das ganze Zeug dann nacheinander erstellt hat. Das ist aber eigentlich falsches Verhalten. Normalerweise kümmert sich hier der Standard nicht darum, dass die ganzen Pfade erstellt werden. Das muss man entweder systemspezifisch machen, also zum Beispiel bei Windows müsste man eine Schnittstelle zum Betriebssystem sozusagen benutzen, mit Windows.h. Auf anderen Betriebssystemen eben die Schnittstellen dann passend. Oder was eigentlich am effektivsten ist, man benutzt eine extra Library, die sowas systemunabhängig sozusagen macht. Boost ist da zum Beispiel recht gern gesehen. Es gibt aber auch negative Stimmen gegenüber Boost, die auch gerechtfertigt sind, meiner Meinung nach. Ja, gibt es geteilte Meinungen, aber für sowas kann man dann solche externen Libraries wie eben Boost durchaus benutzen. Gut, das war es wieder zu dieser Episode und zu den Files, beziehungsweise erst mal nur was reinschreiben. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.